UNTERTITELUNG Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen möchtest. Ich seh mich nicht ausruhen. Ich soll dich proben können. Hey, Sven. Vorsicht, steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Kannst du spielen? Frag dir nur, ich bin bereit. Er hat keine 15 Minuten durch. Um sich ausruhen ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehme ich's. Ich hab im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht, sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Merft mich nicht, schreib eh nicht mehr. Und los! Schneller! Ausgeben! 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du's runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost! Du bist so schwach. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid, geht nicht anders. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Aber wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sagt nicht, dass es dir leid tut! Ihr sagt alle, dass es euch leid tut! Und ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung! Ich war meine Schwester, oder? Tja. Zwei Minuten nach mir zu weit gekommen ist. Ja, du hast recht. Zwei Minuten waren viel aus. Ich muss auf dich aufpassen.